Jetzt von der Champions League in die zweite Liga zum SV Sandhausen und wenn man da momentan hinschaut, einfach mal völlig unbeteiligt, dann sieht das eigentlich alles ganz gut aus, was den Tabellenplatz angeht, aber eben auch, dass Markus Kahl bis 2019 weiterhin beim Verein bleibt und Manuel Stiefler, der ist momentan für das Tor des Monats nominiert. In der oberen Hälfte stehen sie, allerdings muss man auch sagen, dass der Schein ein bisschen trügt bei den Hartwäldern, denn in den vergangenen sechs Spielen, da gab es keinen Sieg mehr. Der Abstand auf die Abstiegszone, der ist auch geschrumpft auf vier Punkte, also wahnsinnig spannend ist es sowieso momentan in der Liga, heißt aber auch für den SVS dringend wieder Siegen, um nach einer starken Saison dann nicht doch noch irgendwie in den Keller zu rutschen. Also am Wochenende, da geht es dann zum punktgleichen. MSV Duisburg, der hat ebenfalls 38 Zähler auf dem Konto und dann stehen auch noch die beiden abstiegsbedrohten Klubs aus Darmstadt und Heidenheim auf dem Programm und wir wollen sprechen mit Stefan Kulowicz, dem Kapitän von Sandhausen. Was ist da momentan los, nachdem es so richtig stark angefangen hat, ist da irgendwie aktuell der Wurm drin? Ja, das ist immer ein bisschen schwierig zu erklären. Ich denke, dass wir defensiv sehr, sehr stabil sind, obwohl die letzten Spiele auch nicht mehr, also schon mehr Gegentore bekommen haben als davor, aber unser Hauptproblem einfach diese Saison ist, dass wir unsere Chancen, die wir uns doch auch spielen. Es ist ja nicht so, dass wir uns keine Chancen kreieren, dass wir die einfach im Moment nicht nutzen und von daher ist in so einer engen Liga und in so engen Spielen dann der Effektivität geschuldet, dass wir im Moment leider nicht ganz die Ergebnisse erzielen können, die wir uns ja hoffen. Defensiv haben Sie angesprochen, wenn ich jetzt die vergangenen sechs Spiele rekapituliere, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, da war nur das vierte Spiel mit dem 0 zu 0 ohne Gegentor und ansonsten hat es trotzdem hinten geklingelt. Also klar, irgendwie muss man ja zu Null spielen im Idealfall, um mindestens einen Punkt zu kriegen. Ja, vor allem, wenn man wirklich doch so wenig Tore schießt vorne wie wir, dann bist du natürlich abhängig davon, dass hinten oft die Null steht. Das war leider in letzter Zeit nicht so oft der Fall. Gegen Bochum haben wir sogar für unsere Verhältnisse sehr viele Gegentore bekommen, mit drei Stück, zum ersten Mal in dieser Saison und da müssen wir schauen, dass wir für die letzten fünf Spieler das wieder zu unserem Trumpf machen. Hat sich denn aktuell in der Arbeit, in der Trainingsarbeit etwas verändert? Nein, also es läuft eigentlich, wir wissen, wie die Wochen ablaufen. Der Trainer bereitet uns natürlich für jedes Spiel etwas anders vor, arbeitet er sehr akribisch mit Video und so. Also wir sind ja immer sehr gut eingestellt auf die Gegner und von daher ändert sich wirklich nur sehr minimal etwas. Haben Sie denn in Sachen Veränderung etwas gemerkt über die Saison hinweg? Sie sind ja richtig stark in die Liga gestartet in diesem Jahr, beziehungsweise im vergangenen Jahr zum Start der Saison und klar jetzt ein leichter Dämpfer. Aber gab es zwischenzeitlich auch mal eine etwas andere Erwartungshaltung, wenn man so sagt, oh, da ist ja möglicherweise der Aufstieg drin? Also wir sind wie jedes Jahr mit der Erwartung reingegangen, dass wir die Liga halten. Das war unser Ziel. Natürlich wäre es jetzt gelogen, wenn ich sage, vor fünf Runden oder nach dem Sieg gegen Kaiserslautern, wo wir 34, 35 Punkte hatten. Dass wir gesagt haben, okay, in den letzten zehn Spielen wollen wir nur noch den Kassenerhalt schaffen. Man setzt sich da interne Ziele, aber die bleiben auch intern. Und wie gesagt, wenn man sich die Tabelle anschaut, sind wir gut beraten, dass man jetzt von Spiel zu Spiel schaut und die notwendigen Punkte noch einfährt. Ja, geht ja nicht nur Ihnen so. Es sind sehr viele Mannschaften, für die da momentan einiges drin ist, sowohl mit dem Blick nach oben insbesondere, aber auch eben mit dem Blick nach unten. Viele Gefährdete auch mit dabei. Wenn wir mal auf Sie persönlich schauen, 34 Jahre alt, blicken wir mal auf Ihre Kollegen aus früheren Zeiten. Toni Polzert hat mit 36 Jahren die Karriere beendet, Andi Herzog auch mit 36 Jahren. Wie ist es mit Ihnen, Zukunftsgedanken? Ja, ich habe jetzt vor kurzem noch mal ein Jahr verlängert, werde dann auch nächstes Jahr im Sommer 36 sein. Ich hoffe, dass dann noch nicht vorbei ist, wie bei meinen erwähnten Kollegen gerade. Aber im Fußball kann es schnell gehen. Also ich bin jetzt nicht irgendwie vermessen, um zu sagen, ich möchte jetzt noch drei, vier Jahre unbedingt spielen. Es kann sehr schnell gehen, man weiß nicht, was sich gesundheitlich tut und so. Und das Spiel wird immer dynamischer, schneller, die jungen Spieler drücken nach. Von daher genieße ich einfach die Zeit, solange ich noch spielen kann. Und wenn ich merke, es passt nicht mehr, dann hänge ich die Schuhe am Nagel. Und dann? Haben Sie schon einen konkreten Plan? Ich habe begonnen mit der Train-Ausbildung, das werde ich auch weiterhin verfolgen. Schon mit Ziel, dass ich auch in Zukunft in der Fußballbranche tätig sein werde. Aber es sind auch begrenzte Plätze. Also man muss sich schon ein bisschen umschauen. Es wäre jetzt vielleicht falsch, nur auf einen Pferd zu setzen. Und von daher bin ich auch in Kontakt mit meinem alten Verein noch. Und hofft auch, dass ich dann weiterhin in der geilen Branche tätig sein kann. Dann drücken wir Ihnen die Daumen und insbesondere natürlich auch im Verein dem SV Sandhausen, dass es dann auch problemlos klappt mit dem Ligaerhalt. Stefan Kulowitz, danke für Ihr Kommen.